Ich bin Amigo MC von Monkey Mob und bin auch mit auf dem B2.0 Conscious Sampler drauf. Mein Song heißt, was sie tun und ist ein bisschen an diesen Song, an den The Roots Song angelehnt, what they do und da geht es auch darum, never do what they do und ich sage in der Huck, wir sind nicht einverstanden mit dem, was sie tun und mit sie ist ganz simpel und einfach logischerweise gemeint, die Obrigen, die Politiker, die Reichen, das System, die die ganze Welt kontrollieren und regieren wollen irgendwie, ohne die anderen zu fragen, ob die da Bock drauf haben und wir tun nicht, was sie tun, also wir ruhen nicht den Regenwald ab, wir fliegen nicht mit Flugzeugen rum und verspulen irgendwelche Chemikalien, wir schlagen keine Demonstranten zusammen, die sagen, was sie denken und wir wollen auch nicht das, was die wollen, also wir wollen keine Ungerechtigkeit, sondern wir wollen Gerechtigkeit und Frieden und keinen Krieg. Man könnte das Ganze, die ganzen Ressourcen, die es auf der Welt gibt, irgendwie sinnvoller nutzen, so, indem man einfach sie nicht zerstört und sie gerecht verteilt, so, das ist mein Anliegen bei dem Song, Conscious halt. Ambigu MC auf dem B2.0 Sampler, Conscious 2.0 2009, check it out. Peace out. Abigu MC auf dem B2.0.